6 Jahre nach dem geschichtsträchtigen Red Bull Salzburg-Moment hat auch Legia Warschau eine bittere Blamage gegen Düdelingen erlebt. Nach dem 2-1-Sieg im Hinspiel gegen Legia Warschau genügt den Luxemburgern ein 2-2 zu Hause. Patrick Stumpf und Stelvio Rosada Cruz sorgen bereits nach 17 Minuten für eine komfortable 2-0-Führung. José kannte Martinez von Legia Warschau, konnte zwar durch einen Doppelpack ausgleichen, am Ende reicht es für den polnischen Vertretern aber nicht, Düdelingen zieht tatsächlich ins Europa-League-Playoff ein, Österreicher erinnern sich, Red Bull Salzburg war zum Auftakt der Saison 2012 13. in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation nach einer 0-1-Auswärts-Niederlage und einem 4-3-Heimsieg sensationell über Düdelingen gestolpert. Red Bull Salzburg und der Champions-League-Fluch seit dem Einstieg von Red Bull träumt Salzburg von der Königsklasse. Zehnmal haben es die Bullen bislang versucht geklappt hat es bisher aber nie. Die Chronologie des Schalt-Ernz. Saison 2006-07, den ersten Versuch in die Champions-League einzuziehen starteten die Salzburger 2006-07 unter dem Trainergespannt Rapatoni, Matrius. In der zweiten Runde wartete zuerst der FC Zürich. Nach einem 1-2 im Hinspiel stiegen die Salzburger mit einem 2-0-Sieg im Rückspiel in die dritte Runde auf. Dort hatten es die Bullen mit einem großen Kaliber zu tun. Allerdings konnten Lok Wenz und Co. dem FC Valencia zumindest zu Hause Paroli bieten. Karel Pitak schoss RBS zum 1-0-Hinspiel-Sieg. Auswärts war dagegen nichts mehr zu holen. Fernando Morientes und ein damals 20-jähriger David Silva schossen Salzburg mit 3-0 aus dem Bewerb. Saison 2007-08, eine Saison später durfte sich Salzburg erstmals als Meister versuchen. Die erste Hürde hieß Wenzpilz. Punkt war aber für die Bullen kein Problem. Dem 3-0 auswärts folgte ein 4-0-Kanter-Sieg zu Hause. Damit zog die Rapatoni-Truppe erneut ins Playoff ein. Dort wartete mit Schachtjoer Donetsk eine schwere, aber durchaus machbare Hürde. Das Hinspiel gewann Salzburg durch ein Ziegler-Tor mit 1-0 und auch auswärts saß lange Zeit gut aus. Remo Mayer erzielte in der Ukraine früh das 1-0, Schachtjoer kämpfte sich aber zurück. Drei Minuten vor Schluss gelang Brandau noch das 3-1. So nah war Salzburg, der zählt seitdem nie wieder. Saison 2019-08, nach einem Jahr Wartezeit durfte Salzburg im Sommer 2009 den nächsten Anlauf nehmen. Und fast wäre schon in der zweiten Runde Endstation gewesen. Nach einem mageren 1-1 im Hinspiel gegen Bohemien sorgte Patrick Jacek in Dublin erst kurz vor Schluss für das Spiel um Jubelte 1-0. Der Zitteraufstieg war geschafft. Gegen Dynamo Zagreb, den Gegner der dritten Runde, sah es nach dem 1-1 Hinspiel nicht so rosig aus. Der heutige Juwel-Star Mario Mansovic bereitete den Bullen große Probleme, fehlte aber zum Glück im Rückspiel in Zagreb. Salzburg nützte das eiskalt aus und siegte durch Treffer von Svento und Nelisse mit 2-1. Damit stand Red Bull erstmals fix in einer internationalen Gruppenphase, allerdings wollte man ja unbedingt in die Champions League. Im Playoff war jedoch gegen McKay wie Haifa Endstation. Die Israelis siegten in Salzburg 2-1, zu Hause dann noch klarer mit 3-0. Die Enttäuschung nach dem erneuten Scheitern war Janko und Co. deutlich anzusehen, immerhin gab es in der Europa League als Trost einen nie dagewesenen Erfolgslauf. Saison 2010 Elfte, ein Jahr später, durfte sich Salzburg erneut in der CL Quali versuchen. Das Hinspiel der ersten Runde entschieden Wallner und Co. Gegen Tors hauen klar mit 5-0 für sich. Im Rückspiel auf den Verrühren setzte es allerdings eine 0-1-Glamage, die nach dem klaren Hinspiel-Erfolg jedoch belanglos war. Ihr zweite Gegner war schon wesentlich härter. In Nicosia holten die Bullen ein 1-1-Ein-Ergebnis, das für das Rückspiel hoffen ließ. Und die Hoffnungen wurden eindrucksvoll bestätigt. Salzburg fegte Omonia mit 4-1 vom Platz und sicherte sich erneut die fixe L-Teilnahme. Mit der Königsklasse wurde es aber wieder nichts. Haproel Tel Aviv erwies sich als zu starker Gegner und verschaffte sich mit dem 3-2 im Hinspiel eine gute Ausgangsposition. Das Rückspiel in Tel Aviv fiel die Stevens-Truppe lange Zeit offen, zu mehr als zu einem 1-zu-1 reichte es allerdings nicht. Wieder war im CL-Playoff Endstation. Saison 2012 13. Das CL-Abenteuer war im Sommer 2012 relativ schnell beendet. Gegen die Fußballzwerge aus Düdelingen setzte es eine der größten Blamagen der österreichischen Fußballgeschichte. Das Hinspiel verloren die Salzburger in Luxemburg mit 0-1, das 4-3 zu Hause reichte nicht. Saison 2013 14. Als Nicht-Meister hat Salzburg gleich zum Auftakt einen großen Gegner zugelost bekommen. Trotz zahlreicher Chancen musste sich RBS im Hinspiel gegen Fenerbahce mit einem 1-zu-1 zufrieden geben. Auch im Rückspiel in Istanbul fanden die Mozartstädter gute Gelegenheiten vor. Am Ende stand aber eine 1-zu-3-Niederlage sowie das erneute Scheitern in der CL-Quali. Saison 2014 15. Die dritte Runde der CL-Quali ging gegen die Aserbaidschaner Karabakh-Akda mit einem Gesamtscore von 3-zu-2 an die Bullen. In der Qualifikationsrunde hieß die letzte Hürde auf dem Weg in die Gruppenphase Malmö FF. Kampel und Co. gewannen zu Hause noch mit 2-zu-1. Der Aufstieg war zum Greifen nahe. In Malmö schockten die Gastgeber Salzburg aber gleich in der Anfangsphase doppelt und setzten sich am Ende mit 3-zu-0 durch. Ruhl verlor gesamt mit 2-zu-4. Saison 2015 2016 Till Salzburg bekam nur ein Jahr später die Chance, sich an Malmö für die Schlappe aus dem Sommer 2014 zu revanchieren. Und es sah tatsächlich ganz danach aus, dass die Bullen die Hürde Malmö in der dritten Quali-Runde packen werden. Zu Hause feierten die neu zusammengewürfelten Bullen von Peter Zeidler einen verdienten 2-zu-0-Erfolg. Andreas Ulmer und Martin Hinteregger sorgten auch in Abwesenheit von Topscorer Jonathan Soriano für eine perfekte Ausgangslage für das Rückspiel in Schweden. Beim Rückspiel dauerte es genau 14 Minuten, bis Malmö das 0-zu-2-Wett machte. Der Schock saß tief. Knapp vor der Pause gelang Malmö sogar der dritte Treffer, der schließlich die Fortsetzung von Salzburgs Champions-League-Fluch bedeuten sollte. Saison 2016 2017 Till, der Gegner in der zweiten Quali-Runde, der lettische Meister FK Lipaia, war für die Bullen kein Problem und auch in Runde 3 folgte der Aufstieg gegen FK Partizane. Im Playoff wartete dann wieder einmal Dynamo Zagreb. In Zagreb erarbeitete sich Salzburg ein 1-zu-1 und auch im Rückspiel führte man bis zur 87. Minute. Dann erzielte Zagreb den Ausgleich und in der Verlängerung auch noch den Siegtreffer. Für Salzburg sollte es auch im 9. Anlauf nicht klappen. Saison 2017 18. Gegen Hibaniens aus Malta gab es in der zweiten Runde der CL Quali keine Probleme, die Bullen gewannen beide Spiele souverän mit 3-0 und bekamen wie schon im Vorjahr ein kroatisches Team zugelost. Gegen HNK Rijekai lief es zu Beginn noch nicht nach Wunsch. Hiechen Havang konnte den Rückstand aus der ersten Hälfte aber wettmachen, so dass es mit einem 1-zu-1 nach Kroatien zum Rückspiel ging. Und auch dort trafen die Salzburger. Das Problem, der Schiedsrichter ließ gleich zwei Treffer nicht zählen. Wurde das erste Tor noch zurecht aberkannt, war es beim zweiten Treffer eine klare Fehlentscheidung. Das 0-0 war am Ende zum zehnten Mal zu wenig. Am Mittwoch wagt Salzburg den nächsten Versuch. Räumen die Salzburger in der 3. Runde Schendia Tetovo aus dem Weg, wartet im Playoff der Sieger aus dem Duell Rutterstern-Belgrad gegen Spartak TN Ava. Wird der Fluch gebrochen? Werbung Werbung